Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Al-Abahmas, des Barmherzigen, beim Himmel und dem Pochenden Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Es ist der durchbohrend helle Stern. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lände und der weiblichen Brust hervorkommt. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden, dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Beim Himmel mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen, Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Er ist kein Scherz. Sie wenden eine List an Und ich wende eine List an. So lasse den Ungläubigen noch Zeit, Lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Und Sie sehen uns, dass du nicht im podría llegierst. Denn es wurde kein Scherz. Er ist,